Hello people! Willkommen zurück zu Letzter Super Sequel 6. Das letzte Mal... Jetzt machen wir den Wald-Switch mit Bäumen und so'n Kram. Das ist doch lecker. Ups, scheiße. Ne, aber im Ernst, ich finde das, dass es ein echt gelungener Tile-Send-Mix ist. Hm. Auf jeden Fall tolle Idee. Darauf muss man erst mal kommen. Verdammt, ich seh mich nicht. Warum? Gott. Na? Achso, da ist ein P-Switch. Was soll ich mit dem Scheiß? Hallo? P-Switch! Scheiße. Mein Gott, was soll denn das? Blöden Segen. Hä? Ja, was soll ich denn... Das scheiß Ding dann bitte schön drücken. Hallo, ich warte auf eine Drück-Gelegenheit. Mein Gott. Ahja, und ich hab hier so'n Plätzchen gefunden, wo man sich Pover-Ups farmen kann. Nämlich hier. Fehler? Oh, jetzt gehörst du mir. Okay, jetzt probieren wir diesen Scheiß-Dreck nochmal. Ups. Warte, das kann man auch theoretisch überfliegen. Oder praktisch, aber nicht. Schade. Das finde ich sehr wie Schießen. Och, Menno. Hä? WTF. Mein Gott. Hier sieht man gar nicht, wo man ist. Das nervt. Drück das einfach mal random. Einfach so. Gucken, was dabei rauskommt. Oder warte, kann man hier rein? Nö, kann man nicht. Verdammt, was soll ich denn bitteschön machen? Hallo? Hä? WTF, was soll ich denn hier machen, bitteschön? Seid ihr noch verstanden, ihr blöden Dingsbums? Furzpiepel. Die diesen Hack erstellt haben. Oder speziell sick. Ah. Menno. Das ist voll fies. Wow. Neun. Okay. Drücken. Und zack. Oh, jetzt müssen wir halt wieder zum Anfang zurückgehen. Oh Gott. Scheiße. Was ist Segen? Mein Gott, die sieht auch keine Sau. Kannst du mal wieder sagen, oder? Warte, hier. Aha. Mäßig aber normalerweise. Ups. Waren das nicht diese Blöcke, die sich... Ahem. Oh Gott. Hä? Ich wusste nicht, dass man Segen so töten kann. Auch mal wieder was Neues. Toll. Dü, 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 dü. Also, jetzt gibt's der R2. Scheiße. Okay. Okay. Na gut, aber... Dauert nicht lange. So. Gedrückt die Scheiße und... Continue. And safe. Ne? Ja, jetzt haben wir halt so ein Geisterhaus. Und was ist hier? Nix. Außer ein paar blöde Viecher. Also ein ganz normales 0815 Geisterhaus. Gucken wir mal. Ob das irgendwas zu bieten hat. Außer wenig Zeit. Weil da oben sieht man ja... Das hat irgendwie zu wenig Zeit. Aha. Man muss ja wieder zurück klatschen. Oder wie? Oder was? Hä? Ich versteh dat nicht. Menuh. Hilfe. Aha. Hier gibt's halt eine Ranke. Und da muss man halt irgendwie rein. So. War's das schon? Ist das euer Ernst? Hä? Das ist doch auch nicht euer Ernst. Verglitschtes Zeug. Achso. Hier ist das Ende irgendwo. Hä? Das kann doch nicht schon alles gewesen sein. Oder? Hm. Aber ich glaub das muss es wohl. Ich kann ja noch irgendwo nachgucken, ob's da ein Secret Exit gegeben hätte. Aber ich glaub nicht dran. Hä? Also. Der liebe Mensch namens Sieg kann ja auch nicht genug von Lehr 2 kriegen. Merkt man ja gerade. Stirb. Nein! Och Menuh. Du. 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 Das ist echt. Mann ist das. Oh. Wir haben ein paar Federn. Nimm's. Oh. Lebel, jetzt bist du dran. Jetzt musst du sterben. So. Äh, ja. Irgendwie bin ich zu blöd dafür. Oder warte, es ist egal, wenn ich jetzt Game Over gehe, weil hier... Weil ich hab ja noch genügend anderes Zeug. Beweg dich, du fetter Arsch. Beweg dich. Mein Gott, auch noch muss man sagen. Gott. Hilfe. Oh Gott. Neun, Mann schass. Nächste ich aber an die Mann schass. Habe ich? Ups. Habe ich zusammen mit diesem Layer 2 hinten noch nicht gesehen. Daumen hoch. Das ist auch eine sehr, sehr tolle Idee, finde ich. Nein. Och, Menno, duck dich doch nicht, du blöder Sack. Was soll denn dat? Ach. Aber wenigstens soll der da irgendwie weiterkommen. Ich weiß nicht. Jedenfalls ist er da einfach so stecken geblieben und das ist halt kacke. Oh, verdammt, das reicht wieder nicht. Nein! Oh Gott. Doch, das reicht schon. Dann ist ja gut. Oh, Fledaurs, du musst sterben. Dich will hier keiner haben, weil du hässlich bist und so. Oh, hier haben wir diese blöde Stelle mit den Mann schass. Die kann... Auch keine Sau haben möchte, ey. Bämts. So, jetzt kannst du mich nicht mehr töten, oder? Och, Menno, nicht schon wieder. Verdammt, ich denke mal, ich kann mich da irgendwie durchdumpen, aber nö. Leg mich doch am Arsch. Du musst jetzt sterben, du blöder Sack, sagt sich das Spiel. Und das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Bämts. Du sollst zerstört werden. Oh Gott. Bämts. Hi, Fledermausi. Warte. So, und jetzt bin ich nicht so blöd und gucke mich da irgendwie durch. Ich bin ein geduldiger Mensch und ich warte... Ups. Fuck. Ich dachte, jetzt wäre mein Leben schon wieder ein Popokatepetel. So. Menno. Okay. Alles im grünen Bereich. Alles gut. Alles gut. Niau. Oh Gott, hier ist die Palette ein bisschen beschissen. Um das mal gelinden zu sagen, aber... Ja. Die kommt ja im Originalspiel seltsameweise auch irgendwie vor, was ich sehr seltsam finde. Also Nintendo. Was... Was hat Nintendo da rumgeschlampt, als... Als diese Palette designt wurde? Oder was hat Nintendo verdrungen? Das ist mir so ein kleines Rätsel. Oh Gott. Number 4. Was haben wir hier für ein Level? Was haben wir hier für ein Level? Nein. Was? Zack. Zack. Warte. Vielleicht schaffe ich das jetzt ohne... Ohne irgendwie... den Boden zu berühren. Schade. Funktioniert nicht. Aber warte. Das funktioniert wirklich nicht. Schade. Das wäre eine gute Challenge gewesen. Also, ich dachte jetzt schon, das war's. Jetzt muss ich sterben. Hä? War's das jetzt schon? Nein, Hilfe! Fick dich! Ah! Mein Gott. Habe ich einen Herzinfarkt... gekriegt. Jump Mario! Nein, 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 nein! Nicht ihr, ollen Scheißsäcke wieder! Nein! So, warte. So, warte. Fireboom und... Oh, Mando! Warum denn so kurz vor dem Ziel? Mieh! Das ist doch voll kacke, ey! Mein Gott. Jetzt muss ich den ganzen verdammten mies normal machen. Was soll denn das? Zack. Miau. Uff. Ach, verdammt. Verdammt eine Miessege. Man tötet nicht einfach so. Andere Menschen nach Belieben. Warum hat die das nicht begriffen? Das verstehe ich nicht. Ach du Kacke. Warte, hier war doch schon das Ende des sogenannten ersten Raumes, oder? Mein Gott, das ist vor allem fies, dass man diese komischen Dinger, also wo die Sägen drauf langkraxeln, dass man die überhaupt nicht sieht. Das ist das Miese da dran. Ja, und das ist auch Kacke. Mein Gott, ich verrecke immer irgendwie kurz vor dem Ziel. Fällt euch das nicht auch irgendwie auf? Okay. oah, fuck, Hilfe. Nein. So. Zack, ich bin voll der Skilla. Och Mann, stirb nicht. Mario, stirb nicht. Gut, gut. Warte. Ah, 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 ah. Ja, ich hab's geschafft, juhu. Ich bin so cool. Warte, war das hier das Ende? Gut. Zerstöre. Ich meine, stirb. Zerstören ist was anderes. Als sterben. Ah. Yes. Ah, verdammt. So, ab ins Ziel, du blöder Sack. Machen wir das Level noch? Ja, warum denn nicht? Machen wir. Einfach so, hier haben wir wieder on-off Mist. Och, Mendo. Deshalb sag ich ja auch on-off Mist, weil das ist wirklich Mist. Warte, ich schaff das. Das hätte ich schaffen können. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann, irgendwo. Irgendwo. Das ist doch voll kacke, ey. Äh. Zack. Och, Meno. Du blödes olles Blababla-Teil. Ja. Blababla-Teil. Das ist die schlimmste Beleidigung ever. Ups. Zack. Hilfe. 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 Nein. Nein. Hof. Warte. Jetzt klappt das eigentlich ganz gut. Jetzt ist mal noch auf was, dass wir nicht den Löffel in die Lava schmeißen. Bezüglich das in die Lava abgeben. Okay. Jetzt haben wir halt so'n... Mein Gott. Dieser Abschnitt hat aber eine coole Palette. Die hat wirklich was, finde ich. So. Mein Gott, aber irgendwie ist dieser Abschnitt, trotz der vielen Stacheln, ziemlich easy peasy. Wo bleiben die Herausforderungen hier? Gibt's nicht. Warte. Mein Gott. Ich dachte vielleicht, wir können das Ding irgendwie einholen, oder? Ach, mein Gott, das war... Ich hatte fast schon die Zeit nicht mehr im... ...im Blick. So, Leute, und ich fände das auf der Overhaul sehr schlimm gemacht, wie man bestimmte Level erledigen muss und sich dann bestimmtes anderes Zeug, der so aufbaut. So. Am nächsten Mal machen wir hier weiter. Oder falls es hier einen Secret Exit gibt, da... Obwohl ich das bezweifle. So, Leute, dann sehen wir uns jetzt dann hier. Bis dann. Tschüss. Tschüss.